So Freunde, und hier nochmal schnell ein Video von der beleuchteten Häusler der Zeile. Natürlich nur provisorisch. Mit Batterie. Aber das ist ja egal. Sieht trotzdem schön aus. Das Ganze funktioniert so. Klick. Aber das wird noch richtig gemacht. Aber das erst nächstes Jahr. Nächster Schritt, ich hoffe, dass ich noch dieses Jahr schaffe. ICE-Waggons, sechs Stück, beleuchtet. Lasst euch überraschen.